Liebe Kemptnerinnen, liebe Kemptner, diese Woche musste ich einige schwierige Entscheidungen treffen. Der Katreinemarkt mit Händlermarkt und verkaufsoffenem Sonntag abgesagt. Der Weihnachtsmarkt abgesagt. Für mich war das Ziel, ein möglichst hohes Maß an Normalität zuzulassen. Aber auch hier gilt, was ich zu Beginn der Corona-Pandemie sagte. Täglich müssen wir die aktuelle Lage neu bewerten und über Maßnahmen entscheiden. In Kempten steigen die Infektionszahlen ähnlich wie in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, ja wie in der ganzen Welt. Lange schien es so, dass wir in unserer Stadt glimpflich davon kommen. Allerdings sind wir nie leichtsinnig damit umgegangen, ja ganz im Gegenteil. Und dennoch seit gestern, 23. Oktober, hat Kempten den sogenannten 7-Tage-Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner deutlich überschritten und damit die rote Stufe des Ampelsystems der Bayerischen Staatsregierung erreicht. Die daraus resultierenden automatischen Regelungen gelten nun auch bei uns. So beispielsweise eine generelle Maskenpflicht in unserem zentralen Innenstadtbereich. Sie finden einen Plan und die aktuellen Regelungen auf unserer Homepage www.kempten.de. Jetzt müssen wir alles dafür tun, dass sich das Virus nicht unkontrolliert ausbreitet. Mein oberstes Ziel ist es aktuell, einen Lockdown in Kempten zu verhindern, der das öffentliche Leben wieder auf nahezu Null herunterfahren würde. Ein Wort zu den Schulen. Ich lege großen Wert darauf, dass wir so lange wie möglich am Präsenzunterricht festhalten und Wechselunterricht erst als letzte Möglichkeit in Betracht ziehen. Einzelne lokale Quarantänemaßnahmen sind allerdings auch in Zukunft zu erwarten. Mit Erreichen des roten Grenzwerts ist jetzt auch eine Maskenpflicht für alle Schulen unumgänglich geworden. Gerade bei dieser Regelung werde ich aber beständig die Notwendigkeit prüfen und hinterfragen, insbesondere für unsere Grundschulkinder. Es kann ja nicht sein, dass es sich hierbei um eine Regelung auf Dauer handelt. Spezielle Aufmerksamkeit müssen wir den besonders schutzbedürftigen Menschen unter anderem in den Alten- und Pflegeheimen und den Krankenhäusern zukommen lassen. Gerade diese Einrichtungen sind aber gut vorbereitet in der Organisation und auch in der Ausstattung. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, vor uns stehen jetzt schwierige Wintermonate, die von uns allen diszipliniertes und vernünftiges Verhalten erfordern. Bitte halten Sie sich an die Regeln. Entscheidend ist, dass jeder und jede einzelne Verantwortung gerade im privaten Bereich übernimmt. Hier wird sich die weitere Entwicklung der Infektionszahlen ganz maßgeblich entscheiden. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein Wort noch. Vernunft und gegenseitige Rücksichtnahme, das waren die Erfolgsrezepte der vergangenen Monate. Lassen Sie uns jetzt genau daran anknüpfen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir auch diese Herausforderung meistern werden. Bitte geben Sie aufeinander Acht und bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.